Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In dieser Folge geht es um Möglichkeiten der sinnvollen Vitalstoffversorgung. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit dabei in dieser Folge ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, es geht weiter mit der otomolekularen Medizin. Wir haben uns in zwei vergangenen Folgen bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben auch die ein oder andere Zuschrift bekommen per E-Mail. Vielen Dank an dieser Stelle. Und es kam die Frage auf Ernährung schön und gut, aber wie kann man denn im Detail die Versorgung mit den notwendigen Vitalstoffen sicherstellen, Peter? Ja, mittlerweile kann die moderne Labordiagnostik uns ja weiterhelfen, die uns tatsächlich sagt, wir haben ein Defizit am Vitamin D, am Vitamin B6 beispielsweise oder es fehlt Kalium, Magnesium oder Zink oder Kupfer oder gar Selen, die Mikronährstoffe. Zu denen gibt es ja schon fertige Podcasts, die ihr euch alle anhören wollt und wir schreiben dann in die Shownotes auch die entsprechende Podcast-Nummer, wo ihr euch dann den bisherigen Podcast anhören könntet. Ja, das heißt also, wir sollen uns gesund ernähren. Die Grundlagen der orthomolekularen Medizin sind ja letztendlich die optimale Aufnahme all dieser Substanzen, sodass wir gesund bleiben oder wenn wir gar krank sind, wieder gesund werden, weil dann dem Körper alle Bausteine zur Verfügung gestellt werden, die notwendig sind, einen regulativen Heiligenprozess einzuleiten. Wenn du jetzt dich optimal ernährst, dann hast du deine Gesundheit lange Zeit erhalten. Es kommen ja immer so kleine Angriffe von außen, irgendwelche fiesen Viren oder Bakterien, die dich befallen. Immer dann, wenn du ein bisschen Stress hast, dich unwohl fühlst, haben die dann leichtes Spiel, dein Immunsystem schachmatt zu legen und dann kommen Symptome dazu, die wir dann als Krankheit bezeichnen. Ob das ein grippaler Infekt ist oder ob der Husten danach drei Teilen wieder weg ist oder ob du jetzt wochenlang hustest, ist ein großer Unterschied. Bei dem, der sechs Wochen hustet, ist absolut das Immunsystem deutlich reduziert. Das heißt also, ihm fehlen bestimmte Substanzen. Diese latente Mangelsituation spürst du aber nicht in deinem Zellstoffwechsel. Der Zellstoffwechsel läuft vielleicht ein Tuck langsam, aber du merkst es nicht. Die weitergehende Mangelsituation zeigt dann eine eingeschränkte Zellfunktion. Aber wenn wir einen schweren Mangel haben, dann wie beispielsweise beim älteren Menschen, da kann durch eine Druckstelle ein Geschwür, ein Ulkuskus, also ein Geschwür am Unterschenkel entstehen, das partout nicht mehr abheilen will. Und das sind für mich Zeichen eines stark gestörten Zellfunktionsablauf mit einem großen Mangel an Mineralenspurenelemente und Vitalstoffe. Das heißt also, solche gravierende Unterschiede können wir heute im Labor nachweisen. Aber erst ab der deutlichen Veränderung zeigt sich es im Labor. Also, es ist gar nicht so einfach, einen kompletten Übersicht über den Organismus mit allen Vitalstoffen, Spurenelementen zu bekommen. Es gibt ja auch diese Haar-Mineralanalysen, die frei verkäuflich sind, in Apotheken oder auch durch den ein oder anderen Gesundheitscoach. Je nach Labor sind diese Haar-Mineralanalysen ja auch sehr umfassend. Ja, durchaus Benjamin, denn das Haar, wie auch der Nagel, ist ja Todesgewebe. Das heißt, der Körper hat Überschuss und kann die Mineralien dort einbauen, sodass die Elastizität des Haars oder auch des Fingernagels oder Zehennagels gegeben ist. Das heißt also, wenn ich dort eine ausreichende Mineralstoffversorgung oder Vitamine in ausreichender Menge vorfinde, dann habe ich eine optimale Versorgung im Organismus. Wir können da aber auch Schwermetalle, Umweltgifte, Schadstoffe testen lassen. Also ist die Belastung sehr groß und hat der Organismus diese Substanzen ins Haar rüber geschoben, weil er sie loshaben möchte, dann wird es auch durch die Untersuchungen detektiert, also herausgefunden. Leider sind das ja alles Untersuchungen, für die sich gesetzliche Krankenkassen nicht unbedingt interessieren. Nö, das ist tatsächlich das ein Interesse des Patienten, etwas für sich zu tun, herauszufinden, ob irgendwelche Störungen vorliegen. Und immer wieder sehe ich es, dass auch im Blut manchmal Untersuchungen vom Arzt veranlasst werden, die kaum eine Aussage haben. Beispiel das Magnesium. Obwohl der Patient regelmäßig unter Warenkrämpfe leidet, beim Hausarzt mal Magnesium im Serum bestimmen hat lassen, wird der Normwert erreicht. Dann hat er in der nächsten Nacht wieder Magnesium-Mangel situativen Zustand, nämlich einen Warenkrampf und wundert sich, warum der Arzt nun einen normalen Magnesium-Haushalt analysiert hat. Dazu kurze Erläuterung. Der Patient bekommt morgens früh Blut abgenommen. Bis das Blut in der Arztpraxis abgeholt wird oder auch beim Halbbreiter gehen mehrere Stunden rum, zum Beispiel um zwölf. In der Zeit diffundieren aus den Erythrozyten, das sind die roten Blutzellen, die Magnesium-Ionen in das Serum. Betrachte ich nun im Labor nur das Serum, dann habe ich einen normalen Magnesium-Gehalt analysiert. Aber betrachte ich nun Zelle und Serum, dann wird ein deutlicher Mangel analysiert. Das heißt also, in einer Vollblutanalyse werden sowohl Serum als auch die Blutzellen gemeinsam auf ihren Gehalt überprüft. Und deswegen empfehle ich, gerade wenn es um Magnesium, Kupfer, Zing und Selen geht, diese Vollblutanalyse. Ich hatte kurz erwähnt, die Mineralien wandern aus den roten Blutzellen, zum Beispiel das Magnesium in Serum. Wenn dann um zwölf der Kurierdienst das Blut ins Labor bringt, steht es auch im Eingang des Labors noch herum, bis es dann in der einzelnen Abteilung, zum Beispiel Mineralien in Flammionisation analysiert werden. Das heißt also, es geht eine zu lange Zeit ins Land. Und deswegen haben wir schlussendlich eine Fehlanalyse gemacht. Man müsste eigentlich frisches Blut direkt im Labor abzapfen, direkt in die Maschinen einspritzen, die in der Lage sind, das zu detektieren. Und dann hätten wir einen sehr an der Realität befindlichen Laborparameter. Da diese Situation im Praxisalltag nur schwer umsetzbar ist, haben wir die mistliche Situation, in der wir uns im Alltag nun befinden. Und deswegen sage ich, wenn Analyse dann nur in einer Vollblutanalyse. Dort haben wir die optimale Aussage darüber, wie es tatsächlich mit unseren Mineralien steht. Um genau zu sein, war Professor Buddenand, Biochemiker in Freiburg, schon sehr früh dahinter gekommen, dass wir eigentlich nur im Nebel stochern. Denn eigentlich müsste man einen Zellaufschluss machen. Das bedeutet, man müsste ein Stück Muskelgewebe aus der Pobacke des Patienten herausschneiden und schauen, wie viele Mineralien, gerade Kupfer, Zink, Selen in der Pobacke drin sind, nämlich im Muskelgewebe der Pobacke. Dann müsste ich die Mineralien dem Patienten geben, also über die Nahrung. Und dann müsste ich erneut ein Muskelgewebe herausschneiden, um zu gucken, wie hat sich das Ganze verändert. Und daran scheitert es, dass der Patient hier natürlich nicht gerne mitkommt und mitmacht, denn er muss jedes Mal, ja, ein Stück Muskelgewebe aus der Pobacke herausschneiden lassen. Und deswegen sagte der große Biochemiker Buddenand schon, wir haben nur einen eingeschränkten Blick auf das, was der Stoffwechsel jeden Tag zu leisten hat. Tja, da hat sich auch bis heute nichts verändert. Wenn die einen sagen, wie wichtig denn nun der Einsatz der orthomolekularen Medizin bei der Primärprävention des Organismus ist oder auch gar in der Sekundärprävention, dann wäre es sinnvoll, wenn wir uns darüber näher unterhalten, lieber Benjamin. Ja, dann lass uns doch zuerst einmal die Begrifflichkeiten klären. Was versteht man unter Primärprävention und Sekundärprävention? Naja, die Prävention ist die Möglichkeit, frühzeitig etwas zu verhindern. Ich baue vor. Prophylaxe sozusagen. Prophylaxe. Das heißt, im alten China beispielsweise erhielten die Ärzte Geld von den Patienten, indem sie ihnen Tipps gaben, damit sie gesund bleiben. Heute hingegen gehen wir zum Therapeuten, wenn wir schon Krankheitssymptome spüren und bitten um rasche Hilfe. Und dazu hat ja die etablierte Medizin auf Vorsorgeuntersuchung eingesetzt. Aber ehrlich gesagt ist es eine Früherkennung und keine Prävention von der Begrifflichkeit her. Denn wir wollen ja in der Prävention den Patienten sagen, was kannst du tun, damit du keine Osteoporose, also eine Knochenerweichung bekommst oder gar einen Herzinfarkt bekommst. Dieses Früherkennen ist das, was der Arzt tatsächlich macht. Die Präventions- oder Präventionsmaßnahmen, das ist eigentlich die Sache der Naturheilvereine, der biochemischen Vereine, der Kneipp-Vereine, also der Sportvereine, die ihren Mitgliedern zeigen, was sie alles tun können, damit sie gesund bleiben oder rasch wieder ins Gleichgewicht kommen. An dieser Stelle würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn auch du dem Pforzheimer Naturheilverein beitrittst. Denn Benjamin und ich sind dort im Vorstand und wir freuen uns über jeden, der sich uns anschließt. Denn der Naturheilverein im Pforzheim, gegründet im Jahr 1892, ist eigentlich der größte Naturheilverein in Deutschland. Und wir wollen die 3000 irgendwann knacken. Das heißt, als das 3000-Mitglied würde uns sehr viel Freude bereiten. Also wir arbeiten dran und halten euch auf dem Laufenden. Also nur noch mal kurz zusammengefasst, Peter. Die Primärprävention ist praktisch das Verhindern von Krankheiten und die Sekundärprävention ist das Verhindern des Fortschreitens einer bereits bestehenden Krankheit. Wie beispielsweise, Benjamin, eine Atheosklerose, eine Ablagung in den Gefäßwänden oder eine Makuladegeneration. Die Makula ist die Stelle des schärfsten Sehens am Auge. Die meisten älteren Menschen leiden darunter, bekommen dann eine Therapie mit mehreren Spritzen ins Auge. Das Ganze wird wenig dadurch verbessert. Warum? Weil ja, ein Vitalstoffmangel, ein Mangel an Vitaminen, Spurenelemente, aber auch von Mikronährstoffen vorliegt. Und das konnte ich an Hunderten von Patienten zeigen und deswegen ist gerade das Auge das, was die meisten Patienten sagen, was kann ich tun, damit ich keinen Grauenstarr kriege, also so eine Linsentrübung. Oder was kann ich tun, damit der Augeninnendruck nicht weiter steigt? Das wäre ja eine Glaukom-Erkrankung. Oder was kann ich tun, damit so eine Makuladegeneration frühzeitig erkannt wird und ich gegenwirken kann, dass die Stelle des schärfsten Sehens weiterhin erhalten bleibt. Ja, und dann, Benjamin, gibt es ja noch die Tertiärprävention. Das ist ja die Verhinderung des Wiederauftretens von Behandlung-Krankheiten. Also das wäre zum Beispiel, wenn der Zahnarzt feststellt, Frau Müller oder Herr Mayer hat eine Zahnfleischentzündung, also eine Parodontitis und die wurde dann behandelt und das ist jetzt die Tertiärprävention. Oder einer hat eine Tumor-Erkrankung, also eine Krebserkrankung, die wird regelmäßig engmaschig kontrolliert, dass man frühzeitig erkennt, wann sich ein neues Konglomerat gebildet hat. Das heißt also, diese Tertiärprävention ist die genaue Beobachtung des weiteren Krankheitsverlaufs. Ja, und die professionelle Umsetzung der otomolekularen Medizin fließen genau hier in diese drei Teilbereiche mit ein. Zu diesem umfassenden Thema haben wir weitere Informationen für euch vorbereitet, die wir euch gerne zusenden. Dazu genügt einfach eine kurze E-Mail an uns, an die E-Mail-Adresse wir-du-natur-at-online.de oder ihr schreibt uns euer Interesse einfach über das Kontaktformular auf unserer Homepage unter wir-du-natur.de. Ja, Benjamin, ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.